Es sieht aus, als würden Sie Ihr Schiff für den synchronisierten Scan positionieren. Bitte versuchen Sie präzise zu sein. Wir können keine ungenauen Messwerte in unserer Datenbank gebrauchen. Sobald Sie den Scan von Ihrem Schiff aus initiieren, folgen die anderen Captains Ihrer Führung. Hi Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge. Ja, wir sind hier im Beginn oder am Beginn des Bohnen und, ähm, Quatsch, Bio-Plots. Jetzt gucken wir mal gerade hier die Forschung. Dann machen wir direkt die nächste Forschung weiter. So, lassen wir dem genug Geld da, denn dann wird das auch geforscht, dass wir unsere Haupt-Behemoth noch, ja, ähm, ausrüsten können. Und jetzt werden wir hier einen Scan machen für die Pio. So, ich glaube, Langstrecken-Scan, das war's schon. Ach, sehr gut. Wir empfangen den Datenstrom. Wir haben, was wir wollten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir sind weit weg von zu Hause, haben zu wenige Hände und zusätzliche Aufgaben, die erledigt werden müssen. Wenn Sie interessiert sind, treffen Sie mich bitte auf unserem Schiff. Schön. Dann, lassen wir jetzt einfach mal, ich glaube, wir haben sogar noch eine da stehen. Werden wir das nämlich einfach machen. Grüße! Der Verlust des Zugangs zu unserer Forschungseinrichtung war der Grund für diese Expedition. Nun haben wir nicht nur unsere Einrichtung lokalisiert, sondern auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wenn sie wieder unter unserer Nase verschwindet, wird es uns nicht so schwer fallen, sie aufzuspüren. Okay. Wir haben eine Software vorbereitet, die uns hilft, wieder Zugang zu erhalten. Aber unser Schiff ist nicht wirklich unauffällig genug, um es auf unserer Station zu positionieren. Die Malware sollte subtil genug sein, um vom aktuellen Besetzer unbemerkt zu bleiben. Ihre Aufgabe wird es sein, es an diesem von unserem Analysten festgelegten Standort zu positionieren. Laut den Anmerkungen in den Stationsplänen sollte da ein Signalleck neben etwas sein, das wie ein Ventil oder Fenster aussieht. Aber sie werden das schon herausfinden, wenn sie dort sind. Okay, dann setzen wir uns mal hier auf ein Schiff. Und ja, was er nicht weiß, dass wir ja eigentlich hier zu der Station gehören. Okay, hier wollte ich eigentlich gern... Naja, wir werden jetzt einfach was hier nehmen. Sollte sich eigentlich... Oso, meine ich, melden? Herr Assistent, was im Namen der Königin glauben Sie da zu tun? Wird dies dem leidigen Schiff helfen, seine störenden Angelegenheiten abzuschließen? Nun, ich nehme an, was wird es. In diesem Fall seien Sie bitte so freundlich, die Station mit Ihrer Malware zu infiltrieren, damit ich sie mir ansehen kann. Sie sollten besser den Schein wahren, um keinen Verdacht zu erregen. Und wenn Bosos unter Kontrolle hat, umso besser. Okay, werden wir machen. Was ist denn? Ich habe wirklich fadelnhafte Neuigkeiten. Ich habe mir Ihre Malware angesehen und bin mir ziemlich sicher, dass ich herausgefunden habe, wonach diese egarianischen Forscher suchen. Ich sende Ihnen die Datei, die ich für Sie vorbereitet habe. Bitte übermitteln Sie sie Ihren leitenden Wissenschaftlern mit meinen besten Größen. Okay, dann liefern wir das mal ab. Undockerlaubnis erteilt. Erfolgreich angedockt. So, machen wir dann hier immer die falsche Seite. Was ist denn? Okay, wir liefern das ab, was uns Bosos gegeben hat. Was ist das? Er hat Ihnen unsere Nachforschungen übergeben? Unglaublich. Aber Sie sollten Software einschleusen. Wie ist das passiert? Ja, Bosos gehört ja zu uns. Ich habe diesen Baron und seine Fähigkeiten deutlich unterschätzt. Das bedeutet, wir können mit Projekt Genesis fortfahren. Es ist unsere höchste Priorität. Wir sollten uns den Baronen besser nicht zum Feind machen. Also werden wir ihn vorerst im Besitz unserer Station lassen. Wir müssen besser vorbereitet zurückkommen, wenn wir unsere Station wieder erlangen wollen. Okay, was macht ihr jetzt? Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell Fortschritte machen würden. Davon abgesehen, könnten wir etwas mehr Hilfe von ihnen gebrauchen. Sie werden einem unserer Mitarbeiter beim Erwerb von Forschungsergebnissen helfen, die für Projekt Genesis von entscheidender Bedeutung sind. Okay. Ein unabhängiger Wissenschaftler. Lassen Sie mich Sie kontaktieren. Grüße. Wir senden Ihnen den Piloten, den Sie angefordert haben. Ist diese Kreatur qualifiziert? Ja. Äh, nein, nein, nein. Machen Sie sich keine Sorgen. Dieser ist mindestens ein Zwei-Sterne-Pilot. Erwarte ihn am Versuchsohren. Okay, er ist unterwegs zu Ihnen. Das ist erledigt. Bericht an Kuro Mankami. Sie experimentieren mit einem Phänomen in die Leere. Werden Sie ihrerseits unterweisen, soweit Sie dort ankommen. Dies mag zunächst zusammenhanglos erscheinen, aber seien Sie versichert, Sie helfen unsere Zukunft zu gestalten. Ihnen fehlt anscheinend wichtige Raumanzugrüstung. Nehmen Sie das hier mit. Es wird später nützlich sein. Was genau versuchen Sie zu erreichen? Sie hoffen, einen Planeten als neues Zuhause für ihr Volk zu kondisieren. Die Terraner experimentierten einst mit einer solchen Terraforming-Technologie, was zur Erschaffung der Xenon führte. Hoffen wir, dass die SIGARES-Pioniere ihre Fehler nicht wiederholen. Okay, jetzt gucken wir erst mal auf unsere Stationen. Ähm, Hauptquartier lassen wir Geld da. Die Stationen haben noch. Dann packen wir noch mal ein bisschen drauf. Das sieht aber noch relativ aktuell aus. Und wir hatten ja einige Miner eingekauft. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn da schon produziert. Ja, erst drei bisher. Gerade gucken, baut die Station denn aktiv unsere Schiffe oder... Ja, sieht gut aus. Wird aber noch eine Weile dauern, bis dann da wirklich alle fertig sind. Wir haben hier immer noch unser Problem mit den Kark-Schiffen. Und unsere Miner bekommen hier immer wieder was ab. Das ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Die Piraten können sich auch mal drum schlagen. Vielleicht sollten wir wirklich mal hier noch mal das Kark-Cluster suchen. Das ist ja prinzipiell schnell gemacht. Wir müssen einmal komplett rund fliegen. Ich schicke mal die Yasur da hin. Dann werden wir das mit der erledigen. Noch ein paar Moräer sind im Bau. Werden wir jetzt einfach mal hier den aktuellen Bestand noch verkaufen. So, bisher haben sich die Ladi hier noch nicht niedergelassen. Ja, die brauchen immer eine Weile. Ansonsten haben wir die Xenon soweit eigentlich im Griff. Ja, da haben wir unsere alte Flotte stehen. Dann lassen wir doch einfach mal hier die Station angreifen. Erreiche System. Nopileus Glück. Dann stellen wir entsprechend hier auch die Schiffe um. So, wir brechen uns noch einmal ab. Dann sollte das auch mit dem Angreifen besser funktionieren. Hier, die Station wurde schon zerstört. Da ist nochmal ein Baulager. Ja, die versuchen da immer wieder was zu konstruieren. Hier haben wir noch ein H. Und da unten, interessanterweise, bekommen die Ladi das ganz gut selber hin. Trotz des Raum-Docs passiert da unten eigentlich überhaupt nichts. Das irritierende Schiff ist weg. Endlich. Der große Riff-Nebel verbirgt sich nicht mehr hinter der eigentlichen Schiff. Gut gemacht, Assistent. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Erwarte Befehle. Wie sieht es mit der Forschung aus? Da kommen die ersten Teile rein. Das wird also noch ein paar Minuten dauern. In der Zwischenzeit, gucken wir mal gerade, unser X-Shuttle haben wir ja hier in dem Sektor stehen. Gucken wir mal gerade, wie sieht es denn da nochmal aus mit Aufträgen. Erreiche System. Mitsunos Gedenken. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, das hier zu machen. Erwarte Befehle. Hier sollen wir Silizium finden. Weiß gern, haben wir hier Säulen auf dem Schiff drauf? Könnten wir das ja mal gerade erledigen. Wie sieht denn unser Ruf bei denen eigentlich aktuell aus? Da sind wir bei Plus 15. Ja, Plus 20 wäre ja schon mal ein Anfang. Ich wollte aber gar nicht andocken. So, wir haben alles dabei. Das heißt, wir könnten eigentlich die Quest jetzt hier mal umsetzen. So, und soweit ich erfahren habe, gibt es dann auch für das Shuttle später noch einen besseren Schild. Dann wird das eigentlich auch ein relativ mächtiges Schiff. Aber es ist auch nur ein S-Jäger. Erreiche Mitsunos trotz. Okay, also wir haben ja mineralentechnisch hier den, ja, blillernen Bereich. Da haben wir ja beides vertreten. Da fliegen wir jetzt hin. Meistens haben wir eine Sonde raus. Ja, ist schon erledigt. Hätten wir damit schon gepackt. Verbundraffinerie. Montageanlage für leichte Schiffe. Ja, mit den Aufträgen hier das Suchen ist, ehrlich gesagt, man kann ja sonst irgendwie nichts wirklich machen bei denen, um da auch zu fahren. Naja, wir könnten es doch, wir könnten einen Trick probieren. Ich hätte da einen Trick. Lass uns mal einen Trick probieren. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Gucken, bekommen wir da Schiffe bei denen... Wir brauchen ein günstiges Schiff. Das muss auch wirklich überhaupt nichts können. Schilde bekommt es auch keine. Ähm... Es bekommt auch keine Hauptwaffen. Es bekommt eine Plasma. So, ansonsten... ...kommt da nichts drauf. Wir kaufen mal zwei Stück von denen ein. So, mal gerade schauen. Hatten wir unsere... War das hier die... ...nächste Beomot, die wir da... Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Haben wir da tyrannische Schilde schon drauf? Ja, das passt. Das heißt, das wäre das Schiff. Was dann noch in die Flotte rein soll. Lassen wir jetzt hier mal andocken. Das werden wir dann noch umrüsten. Beziehungsweise tunen. Bis wir dann unsere Sachen hier fertig haben. Dann machen wir unsere Haupt-Behemut noch fertig. Und wenn die Waffen mal getunt sind... ...das macht echt viel aus dann. Und mit dem Ruf... ...probieren wir jetzt mal was aus hier. Und zwar... ...sobald die Phoenix hier fertig sind... ...schicken wir die hier in den Sektor rein. Um das Ganze jetzt hier umzusetzen... ...brauche ich dann auch noch ein... ...Schiff dazu. So, jetzt haben wir noch die Yasur. Da gucken wir mal gerade nach den... ...ich habe keine Lust, die Aufträge zu machen. Und... ...wir hatten sowas im ersten Let's Play schon mal gemacht... ...bei den Terranern. Ich vermute, das funktioniert auch ganz gut... ...bei... ...bei... ...denen hier. ... ...autopi... ...ausgeschaltet. Wehrer Raum So, ich hab jetzt mal Hoffnung, dass wir das Kark-Ding hier schnell finden. Autopilot eingeschaltet. Autoplehrer Raum Eigentlich müssten wir es rein optisch hier schon sehen, ohne da jetzt großartig zu scannen entdauernd. Zumindest mal in der Theorie. Hm, wir pallen mal die Station hier an. Mit einer Moräa wird uns das hier wesentlich länger dauern. Ich höre. Um, ich höre. Ja, wobei wir den Weg eigentlich schon geflogen sind, zwar nicht ganz so abseits, aber da ist es doch. Da haben wir es doch schon. So, da holen wir nämlich unsere Syn, lassen das Teil hier angreifen. Die Schütze sind eh schon eingestellt. Hier sind auch noch immer Schiffe jetzt akut. Aber wenn das Ding weg ist, dann kommt auch keine Kargäste mehr. Und das wäre eigentlich das Ziel, weil... Guckt euch mal die ganzen Schriffe hier an zum Teil. Naja, bedingt. Wo ist es dann ihre Hülle dann? Aber ja, irgendwann... Irgendwann gehen sie down, das hatten wir schon. Unten haben wir noch eine Barbarossa rumfliegen. Hier noch eine Blünderer. Auch noch ein Phönix. Da fliegen relativ viele Piraten hier rum. So, das lassen wir jetzt unser Schiff alleine machen. Und die Jasur... Die lassen wir auf keinen Fall hier stehen. Die... Ja, keine Ahnung. Die lassen wir jetzt einfach mal hier auf dem Ausrüstungsdok landen. Oh, unser X-Shuttle ist schon gelandet. Jetzt gucken wir mal, die zwei Phönix sind fertig. So, und dann hier in den Sektor rein. Wir gehen mal auf das X-Shuttle zurück. Ich müsste mich mal was kontrollieren. Denn damit der Plan hier funktioniert... Erreiche System. Mitsunos gedenken. Ist es erforderlich... Dass die Station überhaupt Waffen hat? Wobei, ich glaube, das war sogar egal. Ja, aber Verteidigungsanlagen sind grundsätzlich da. Da ist auch ein Plasma drauf. Also das würde auf jeden Fall nochmal klappen. Ich muss mich nochmal zurück erinnern, wie wir das nochmal genau gemacht hatten. Damit das jetzt hier gut funktioniert, brauchen wir auch noch ein Schlachtschiff. Eine B-Mod würde da eigentlich reichen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir erstmal hier unser Schiff fertig. So, dass wir das der Flotte zuweisen können. Das X-Shuttle fliegt dann sowieso nochmal zurück. Kann ich helfen? So, sie schmeißen wir jetzt erstmal raus. Kann ich helfen? Und ihn werden wir als Kapitän jetzt zuweisen. Ja, lasst mich mal hier durch. Kann ich helfen? Mhm. Okay. So, das müsste die B-Mod sein mit 200.000 Schild. Genau. So, das tun wir jetzt mal upgraden, so wie wir es mit den anderen Schiffen auch gemacht hatten. Mit der Lackierung bin ich ja noch nicht so ganz einverstanden. Aber, mal gucken wir einfach mal, ob wir dann noch einheitliche Lackierungen haben. Ich müsste mal probieren. Es gab eine Möglichkeit, die Lackierungen zu vervielfältigen. Da es ja mittlerweile echt ein Kampf ist, hier überhaupt nochmal an welche dran zu kommen. So, lasst mal. Ach Quatsch, da sind wir ja falsch. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir das. Hatten wir mit Chips Massen-Modifikation, glaube ich, gemacht. So, 23%. Gucken wir mal, dass wir hier beide Werte über 20% bekommen. Das wäre auf jeden Fall mal, ja, erstrebenswert. Das sieht auch gut aus. Waffen-Modifikation, Schilde. Da haben wir nichts mehr. Friedberg auch nicht. Das heißt, da gehen wir nochmal auf die Einfachen rüber. Und werden die Kapazität draufpacken mit 20%. Da haben wir schon 18, das können wir lassen. Und hier hatten wir noch einmal den Vorwärtsschub. Ja, das sieht doch gut aus. Eine Behemoth mit 200 Sachen kann man nutzen. Okay. Das war eigentlich, glaube ich, schon alles. Dann werden wir jetzt nämlich das Schiff hier unserer Flotte hier zuweisen. Dann stimmt auch die Formation. Denn aktuell stehen da ja nur zwei Zerstörer. Das heißt, ein, zwei. Da müsst ihr noch ein dritter hin. So, was mir noch nicht so ganz gefällt sind hier die ganzen Katana in der Tat. Die weißen wir jetzt unserer Behemoth hier mal zu. Und die anderen vier auch. Ja, im Zug allgemein gefallen mir die Formationen, ehrlich gesagt. So, und wir haben bisher auf allen Behemoths hier noch Morea, glaube ich, draufgepackt. Das heißt, wir werden auch auf die letzte Behemoth hier noch acht Morea draufpacken. Dann müssten wir eigentlich auch genug da haben. So, die lassen wir dann auch noch mal landen. Dann stellen wir jetzt gerade hier noch die Geschütze ein. Und damit ist die Flotte komplett. Ja, irgendwie. Also die Steuerung der Flotten, das ist halt noch so ein Ding. Und jetzt machen wir noch die Aussage gewöhnliche Modifikation. Ich benötige einige Materialien, bevor ich loslegen kann. Und ja, wir schieben einfach unsere Flotte oder irgendeinen. Ja, wir holen jetzt einfach eine Behemoth hier rüber. So, und jetzt gucken wir mal die Fraktion Quetanauten. Die sind eigentlich mit keinem verbündet und mit keinem haben sie ein Problem. Das ist aber auch egal, glaube ich, so wie ich das in Erinnerung habe. Ähm, es war nur wesentlich einfacher. Es müsste aber so eigentlich auch gehen. Es müsste so auch gehen. So, wieso haben wir das hier noch nicht eingestellt? Ne, machen wir nur Großschiffe. So, jetzt kontrolliere ich es aber alle nach. Da stimmt's mal. Bei der zweiten passt das. Und bei der dritten, ja, haben wir es auch gar nicht eingestellt. Gut, dann machen wir das da noch. Den Verteidigen, also Verteidigen an sich. Das nutzt uns nix. Unsere Haupt-Behemoth haben wir konfiguriert. Hier sind die zwei Phönixe. Und ja, eine Behemoth ist bereits unterwegs. Können wir uns einfach mal draufpacken. Wieso sind wir dann jetzt eigentlich auf der Moräa gelandet? Ah, okay. Gut, ich hatte zwar eigentlich die... Nochmal. Wieso sind wir dann jetzt eigentlich auf der Moräa gelandet? Ah, okay. Ja, und jetzt haben wir noch so eine Kleinigkeit. Hm. Kann ich helfen? Ja, das passt. Dann geben wir dem auch mal noch ein Seminar. Die zweite Behemoth, da fliegen wir gerade mit. Den schmeißen wir raus. Hallo. Mal gucken, wer da übernimmt. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Wir werden den da einsetzen. Bestätigt. Und hier schmeißen wir den auch. Und der hat zwar eigentlich schon Sterne und so weiter, ist mir aber egal. Ich will auf meinen Großschiffen in meiner Flotte keine anderen haben als Teladi. Okay, jetzt sind wir direkt vor unseren Phönixen. Oder sind das überhaupt unsere? Phönix. Verteidiger. Ne, das sind gar nicht unsere. Okay. Okay, wir brauchen auch noch einen Moment, bis wir überhaupt da sind. So, hier hätten wir unsere Hauptplotte. Ist jetzt eigentlich nichts besonderes, denn... Na doch, wir müssen aber ja auch mal noch gucken. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Kann ich helfen? Kann ich helfen? Okay, so, das gefällt mir schon besser. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Okay. Kann ich helfen? Ja, wir schmeißen dich raus. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Okay. So, wir haben auf allen Schiffen hier auch noch Morea mit dabei. Das heißt, wir haben 6x8 Morea hier drauf. Wir haben hier noch 20 Morea auf unserem Räger selbst. Plus dann 8 Hydra mit den Schienenkanonen. Die waren ja... Ja, die hatten wir, glaube ich, sogar eingekauft am Schluss. Dann haben wir hier noch diverse Bomber mit dabei. Und wir haben noch eine Nomad dabei, die ebenfalls nochmal 30 Morea als Vorrat hat, sowie ein paar Bomber mit dazu. Wenn entsprechend die Nomad richtig eingestellt ist, dann sollte eigentlich auch hier alles gelandet sein und auch bleiben. Okay, im Sektor sind wir jetzt schon angekommen. Und dann würde ich sagen, die übernehmen jetzt mal. Okay. Leuchtturm. Und wenn das hier funktioniert, werde ich ein Video machen, für alle, die es noch nicht wissen und jetzt nicht unbedingt hier im Let's Play dabei sind. Es müsste funktionieren, wenn sich da nicht irgendwie was an der Programmierung geändert hat. Und Hermes ging ja wieder down. Ja, von was denn bitte? Ich habe das gar nicht gesehen. Ja, von einem Piraten, super. Die bekommen man aber auch nicht ausgemerzt, wirklich, oder? So, da sind einmal die Phönixen. So, jetzt machen wir den erstmal ein bisschen kaputt. Okay, das sollte reichen. So interessant, wie das jetzt hier aussieht. Okay, und jetzt teleportieren wir uns auf den Phönix. Es ist nur wichtig, dass die Kiste hier, der Phönix, nicht nochmal abhaut. Wo wird denn der jetzt überhaupt gelistet hier? Okay, als separate Flotte. Den schieben wir jetzt entsprechend hier ran. Wir stellen ein... Ich hätte das vielleicht besser an einer anderen Station gemacht, aber ich denke, es ist egal. Leuchtturm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt werden wir dem Phönix sagen, dass er hier bleiben soll. Jetzt gehen wir auf die Behemoth und sagen... Na eigentlich können wir die glaube ich direkt übernehmen. Wir werden es einfach mal speichern, wir müssen es probieren. So, wir müssen wichtig auf Feuerreich weiter von unserem Phönix. Ah, das ist fast schon ein bisschen zu kaputt. Okay, das sollte reichen. Jetzt speichern wir das Ganze erstmal. Okay, dann kann nämlich jetzt nicht allzu viel passieren. Und wir sagen jetzt unserem Schiff, dass es die Station angreifen soll. Okay, das Schiff wird schon angegriffen. Jetzt warten wir kurz, bis es auch was abkommt. Oh, das hier könnte aber schwierig werden. Soll, ah, ich habe was vergessen. Oh, das geht aber schnell hier. Ne, das hier müssen wir nochmal machen. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Die Station ist aber auch fies bewacht hier in der Tat. Ich glaube, wir machen das mit der anderen Station. Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie. So, der Phönix ist auf dem Weg. Also der Plan ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen gucken... dass der Phönix Faden bekommt. Dann verkaufen wir den... an irgendeine Fraktion... an irgendeine Fraktion... schießen das dann ab, den Phönix. Und sind dann die tollen Retter der Station. Und das sollte uns... zwar nicht die Station ja als freundlich wieder gesinnen, aber den Ruf pushen. So hatten wir das bei den Terranern von... ich glaube, minus 15 auf plus 20 gemacht. hatte ich mir den Ruf mit der... verbockten Quist ja zerstört. So, wir nähern uns jetzt erstmal dem Phönix. So, dann machen wir das anders. Wir machen... Schauen wir mal, wo sind denn da? Da unten sind Verteidigungsstationen. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht wieder allzu viele. Ja, wir kriegen das schon hin. So, dann... So, dann... Markieren wir... die Station als feindlich. Ja, ich will die Mission nicht annehmen. Wir schalten unsere Geschütze aus. Jetzt verkaufen wir den... an die Split. Na, verdammt. Okay, jetzt ist er verkauft. Und jetzt zerstören wir den. Ihr Handeln ist im Akzentraben. Und was hier geklappt hat. Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Engel. Ich glaube, das hier hat aber nicht funktioniert. Nichts, nicht, nicht, nicht. Und dann ist er, nicht, nicht... Schäden. Schäden. Oh. Pakete im Anflug. Wie hatten wir das denn bei den Tirannern gemacht? Ich muss mir das erst nochmal anschauen. Gut, dann lassen wir das erst mal. Ja, bei den anderen war es einfacher. Da hatten wir das an die Antigone verkauft. Und dann hat die Station schon ohnehin das Schiff angegriffen, glaube ich. Und das hat dann relativ gut funktioniert. Da das Schiff dann in der anderen Fraktion war und die Station von sich aus angegriffen hatte. Aber die Quaternauten haben ja keinen Feinde. Das ist echt ein bisschen problematisch. Dann könnte es sein, dass es so überhaupt nicht funktioniert. Da hatten wir das nämlich mit den Tirannern und mit den Antigone gemacht. Aber die sind ja hier mit allen Freunden, deswegen wird das wohl leider nicht funktionieren. Ja komm, wir machen dich jetzt zum Kapitän. Kann ich helfen? Kann ich helfen? So, Befehle ausführen. Das heißt, ihr sollt eigentlich wieder in die Flotte zurückspringen. Ja, unsere Forschung, das dauert noch. Wir hatten jetzt auch noch angefangen, eine Schiffswerf zu bauen, damit das Ganze ein bisschen schneller funktioniert. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Aktuell, da wird gebaut. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Da ist auch soweit alles da. Also das funktioniert eigentlich echt gut. Aber aus irgendwelchen Gründen ist hier kein Konstruktionsschiff mehr da rum. Schade. Gut, nee, dann klappt das hier mit unseren Phönixen leider so nicht. Wir brauchen eine feindliche Fraktion, dann wäre es einfach. Da sind noch mal ein paar Nomad fertig. Ah, und hier die ganzen Mineralien Miner. Da packen wir direkt schon mal vier Stück auf die Stationen. Wichtig wäre ja auch mal die vier, beziehungsweise sie brauchen eigentlich alle Miner. Schade. Ja, bei den Terranern war es einfach. Da hatten wir wirklich ja die Antigone als Feind. Was mich jetzt mal noch interessieren würde. Obwohl, hm. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Also mit dieser Fraktion hier, das ist irgendwie alles nervig. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Dann lassen wir das erstmal. So, ich würde gerne das Baulager zerstören. Warum können wir das nicht? Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Ganz wichtig, haben wir da die Waffen noch mal aktiviert. Das war eh hier gewesen, ne? Ja, die sind alle aktiv. Da hatten wir jetzt nichts Deaktiviertes mehr drin. Aber warum kann ich denn hier nicht das Baulager überhaupt verstören? Woher ging das doch mal nicht, oder? Ah, hier eine Asgard. Die räumen da aber auch ganz schön auf. Gut, lassen wir das erstmal. Wie weit ist unsere Syn? Okay, die Station ist gleich durch. Da sind jetzt noch ein paar Schiffe. Da werden wir einfach unsere Plotte in dem Sektor anweisen. Dazu helfen. Nehmen wir die Katana Staffel. Und sagen, einmal alles hier im Umkreis zerstören. Dann kommt die Sünde auch noch mal raus. Und zerstören wir die ganzen Kargschiffe hier. Und dann sollten wir auch endlich da mal ein bisschen Ruhe reinbekommen. Naja, zumindest mal für eine gewisse Zeit. Das hält hier dann immer nur bedingt lange. Na gut, da unten kommen sie nicht hin. Überall sind die hier. Die erwartete Fehler. Nicht zu mit der Zeit. In den Weltraum auslernen. Schauen wir mal so. Die sind nämlich auf verschiedenen Höhen. Das heißt, ja. Aber das ist schon kaputt. Das heißt, da sollten wir dann bald Ruhe bekommen. Jetzt gucken wir mal hier im Sektor rein. Haben wir noch unseren Haar. Wie sieht es mit der Forschung aus? Ja, fehlt nicht mehr so viel. Wollen wir gucken, wird das denn schon angeliefert überhaupt? Oder müssen wir da noch warten? Ja, er bringt die Plasmaleiter. Das heißt, sollten wir dann gleich die Forschung fertig haben. Dann können wir prinzipiell schon mal eine Schiffswerft ansteuern. Warte gucken, was haben wir in der Nähe hier bei den Teladi. Da docken wir an. Kann ich helfen? Fliegen Sie zur folgenden Position. Bestätigt. So, und dann ist die Frage, was machen wir denn jetzt überhaupt mit der Flotte? Die ist ja... Das ist jetzt nur mal eine Flotte. Fürs erste. Hier sind die ganzen anderen Behemoths schon soweit fertig. Vier Stück werden noch gebaut. Wir haben jetzt halt auch vier Stück abgezogen. Für... Ja, unsere Behemoth Staffel hier einfach. Ansonsten haben wir auch keine Zerstörung. Aber in Betrieb. Wir könnten prinzipiell einfach mal noch ein paar kaufen. Wir bekommen das ja bei den Teladi momentan gut geliefert. Wenn wir jetzt hier auf den Königs E gehen. Der neue Zerstörer. Machen wir mit Allround. Und sagen das Ganze hier mit Plasma. Die M-Geschütze müssten wir eigentlich umrüsten. Auf Flak. Dann macht das mehr Spaß. Verteidigungsdrohnen brauchen wir überhaupt nicht. So, die kostet 18 Millionen. Wir speichern uns das jetzt hier ein paar Mal ab. Haufen zwei Stück. Ja, da wird es schon eng. Egal. Wir bestellen die jetzt einfach. Ja, hier haben wir welche. Die hier, die gehen jetzt zur Verschrottung im Grunde. Das ist ja so dieses neue Konstrukt. Die werden recycelt. Die werden gar nicht aufbewahrt. Aber wirklich niederlassen tun sie sich jetzt hier in den Sektoren immer noch nicht. Gut, wir haben den Split auch hier gut geholfen. Das scheint ja auch erstmal zu fruchten, aber so wirklich aus dem Quark kommen die ja auch nicht. Es gibt halt auch keine wirkliche Bedrohung. Also die, klar, die Xenon, die könnten wir machen lassen. Ich meine, die probieren sie hier auch die ganze Zeit. Wir scheitern aber an den mittlerweile mächtigen Verteidigungsstationen der Fraktion. Das war halt vorher auch nicht so gewesen. Romdix hier nur halt kaum durch. Müssen wir mal gucken. Okay, die Forschung läuft. Wir schmeißen uns jetzt einfach mal auf unseren Träger. Und überbrücken die Zeit, dass wir jetzt direkt die Ausrüstung hier drauf sitzen können. Erreiche System leuchtendes Versprechen. Okay, lassen wir das einfach mal machen. Wir können in der Zwischenzeit noch mal gucken, was mit den Stationen hier ist. Dann wird unheimlich stark gebaut. Die fressen hier unser Geld weg ohne Ende. Wir brauchen insgesamt hier noch 400 Millionen, damit das Ganze gebaut wird. Wir bräuchten auch noch 400 Millionen für den Splitplot fertig zu machen. Das sollte aber auch nicht die Herausforderung sein. Denn finanziell haben wir keine Probleme mehr. Wir können uns einfach hier Schiffe produzieren, die dann entsprechend verkaufen. Die bräuchten im Grunde noch nicht mal eine eigene Schiffswerft. Meine Forschungen sind angeschlossen und ich habe erstaunliche Ergebnisse erzielt. Okay, dann gucken wir uns das mal an, ob wir überhaupt die Teile dafür haben. Erreiche System Profit Center Alpha. So, wie sieht's aus? Haben wir da was da? Zwei Stück. Das würde gerade reichen hier, um das hier... So, wir hätten ja verwüster zwei verschiedene. Ich denke, wir gehen auf den Waffenschaden 30%. Waffenkühlung ist auch eine interessante Sache. Wenn wir das irgendwie auch mit auf 30 bekämen, wäre super. Jetzt haben wir es 28, 28. Es gibt auch noch eine Variante, wo eben die Feuerrate sich erhöht. 28, 25. Das ist eigentlich okay. Jetzt können wir uns noch die Geschütztürme vornehmen. Aber da... Ja, da müssen wir die günstigen draufpacken. Schadensmodifikation, Waffenschaden plus 50. Waffenkühlung, Nachladegeschwindigkeit. Ist halt... Ja, ist leider nicht so ganz, dass ich mir jetzt vorstelle. Eine weitere Eigenschaft. Waffenkühlung. Wir haben hier noch den Spieß. Wir machen den Spieß. Da haben wir einfach nur 20% und das war's. Machen wir auch die Plasma schon mal mit. Ja, komm, 18% bekommen wir doch hier raus, oder? Ist halt... Ja, obwohl das eigentlich gar nicht so teuer hier bei den grünen Erweiterungen. So, 19%. Dann machen wir die Flak auch noch. Was hätten wir denn überhaupt noch für Möglichkeiten? Rotationsgeschwindigkeit ist natürlich auch ganz nett. Brauchen wir aber eigentlich... Ne, wir machen die Schadensmodifikation. Verdammt, da hatten wir es schon. So, wenn wir das natürlich auf den epischen Modifikation machen will, muss man halt echt Teile sammeln. Das wir in den Teile sammeln, war eigentlich mal kein Problem. Hoppla. Aber die Expeditionen funktionieren ja nicht mehr. Deswegen kommen wir da echt nur noch bedingt gut dran. Wir können jetzt noch hier die Antriebsschilde modifizieren. 20%, was haben wir da bei den Grünen? Ja, komm, dann machen wir hier mal auf die Antriebe noch was drauf. Aufflade Verzögerungen, ja, das ist auch noch gute Sache. Dann machen wir noch die Grünen auf die ganzen Gruppenschilde. Das heißt, wir haben auf die ganzen Gruppenschilde dann nochmal ungefähr 20% mehr Kapazität. Oh, wir haben kein Geld mehr. So, wo waren wir denn? Hier bei, genau, 5%. Okay, so wird er jetzt erstmal fertig. Die Lackierung gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das gucken wir jetzt als nächstes. Das hätten wir dann noch, was vielleicht ein bisschen schick aussieht. Hier der Wächter, nee. Ein weißes Schiff, das erinnert mich immer so ein bisschen an eine uralte Serie. Wobei ich die hier eigentlich gar nicht so schlecht finde. Hat aber auch hier wieder verschiedene Farben, oder? Aber wir werden es jetzt einfach mal testen. Nee, Schneepflocken setzen wir da keine drauf. Wir docken noch einmal ab. Und pfeilen jetzt mal hier den Matrix Sektor an. Wie sieht's aus? Ja, ist doch ganz nett. Ein bisschen schlicht, aber dafür hier... Ja, wenn wir den Licht an, sieht's halt echt ganz nett aus, finde ich. Ja. Gehen wir das mal testen? Das heißt, wir fliegen jetzt hier mal zwei, drei Sektoren hier weiter. Und dann könnten wir eigentlich einfach mal in die Matrix hier reinfliegen. Okay, die Materialbeschaffung hatten wir nicht hinbekommen. Das war klar, da hatten wir uns auch nicht drum gekümmert. Okay, der trifft ja nicht gut funktioniert. So. So, die anderen müssen uns folgen. Die lassen wir dann aber zurück. Wir fliegen alleine dann in den Sektor rein. Und könnten eigentlich hier das Haar mal anfallen. Ja. Das war's. Ja. Wie? Das war's. Verbrechen? Jetzt kommen wir hier ein bisschen schlecht rein. Ich hätte besser unsere KI fliegen lassen. Ja, unser Lock hier spinnt immer noch wegen den ganzen Umbauten von der Modifikation. Ja. Wir müssen mal gucken, dass wir das Teuer angepeilt bekommen. Wir sind halt auch relativ schnell. Es geht noch wesentlich schneller. Also die B-Mod oder ähnliches, die kann man auch auf über 10.000 bekommen. Aber das ist jetzt erst mal nur das Ziel. Ach ne, guck mal, das ist wirklich nur das Baulager. Das wird jetzt auf dem Radar angezeigt. Okay, wir bremsen mal ab. Wir lassen nämlich jetzt unsere Begleitschiffe hier stehen. Wir fliegen wirklich alleine da rein. Geschütze sind eingestellt. Das heißt, ja. Aber da ist eh kein Kart drin. Von daher ist es sowieso relativ simpel. Und so alt so viele Jäger sollten da meine ich auch nicht sein. So, als es uns nochmal langweilig wird. Wir machen jetzt einfach mal einen Stationstest. Ja, aber da kommen doch schon die ersten, oder? Ja, die sind noch weit weg. Mit der Station wird man es wahrscheinlich nicht wirklich merken. Aber... Ne, dafür sind die einfach zu stabil. Aber... Juuu. Verdammt. ... 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